Kohaku Sakai Fischfarm, 57 cm, Sand sei weit nicht, auch jemals groß eingekommen. Die werden jetzt geteilt, damit die besser wachsen. Bis zum Herbst kommen wir da ungefähr 10 cm mehr, also so 65 bis 67 cm haben die bis September, Oktober. Wer hier Interesse hat, die können auch dort bleiben bis Mai nächstes Jahr oder auch länger.